In diesem Video gebe ich meinen Tipp ab und erzähle euch, was wir im September zur Apple Keynote zum iPhone sehen werden. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Apfelike heute mit meinem Tipp zur nächsten Apple Keynote. Wie schon erwähnt, einige größere Webseiten und Magazine haben es schon fast bestätigt. Am 10. September werden wir wahrscheinlich eine Apple Keynote sehen, das wurde von verschiedenen Quellen behauptet und noch einige Apple Mitarbeiter haben da einiges durchgelassen. Das heißt, wir können eigentlich schon fast sicher davon ausgehen, dass wir am 10. September eine Apple Keynote sehen werden. Eine umständliche Frage, was werden wir da sehen? Wie gesagt, ich möchte in diesem Video meinen Tipp abgeben, es sind zum Teil Gerüchte, zum Teil meine eigene Meinung, zum Teil einfach Erfahrungen, die man so von Apple gesammelt hat über die letzten Jahre. Es ist nicht sicher, aber es ist wahrscheinlich. Ich bin schon sehr gespannt, wenn wir dann vielleicht sogar im Livestream am 10. September darauf zurückschauen können, auf dieses Video. Ich bin dann mal gespannt, wie viel davon richtig war und wie viel vielleicht eher nicht, wo vielleicht Apple noch ein bisschen gewaselt hat, bis sie Sachen erst veröffentlichen. Legen wir nun los mit dem iPhone. Ganz klar, wir werden ein neues iPhone sehen, das steht ganz außer Frage. Es ist ein iPhone Keynote-Event im Herbst, das ist ganz, ganz klar. Und wir werden sehr wahrscheinlich das iPhone 5S sehen, also die S-Version vom iPhone 5. S steht ja normal für Speed, so war es auf jeden Fall beim 3GS. Also es wird auf jeden Fall schneller, wir werden neue Prozessoren sehen, wir werden neue Grafikkarten sehen. Alles wird schneller, einfacher, wahrscheinlich alles ein bisschen flüssiger wie typischen Sachen. Dann wahrscheinlich wird auch iOS 7 darauf flüssig gelaufen, also iOS 7 wird mit diesem Smartphone, mit diesem neuen Smartphone veröffentlicht werden. Und dann, was sehr spannend ist, es wird wahrscheinlich wieder einige Killer-Feature geben. Gab es schon beim iPhone 4S, dass es ein Killer-Feature gab, das war damals Siri. Und das war aber deswegen wichtig, weil es immer für Apple schwer ist, so eine S-Version, die nicht hundertprozentig vollwertig ist, trotzdem gut zu verkaufen. Und deswegen bauen sie immer so ein Special-Feature ein, was dann Leute doch dazu überredet, sich ein neues Smartphone zu kaufen. Und dort gibt es zwei Annahmen, vielleicht wird es auch beides geben. Zum einen einen Fingerabdrucksensor, da hat der Apple ja einige Unternehmen übernommen, die genau um das sich kümmern und genau an sowas arbeiten. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass wir da irgendwann mal einen Fingerabdrucksensor sehen. Ob jetzt im iPhone 5S als Killer-Feature oder erst im iPhone 6 ist fraglich. Auf jeden Fall würde sowas auf jeden Fall sehr interessant sein. Denn sowas mit solcher Technik könnte man zum einen den Zahlencode am Anfang völlig mehr ausblenden und weggeben. Aber auch allgemein könnte man, bis das iPhone ist ein recht mächtiges und meistverkaufte, aber sehr oft verkaufte Gerät. Und damit könnte man vielleicht den ersten Schritt wagen, um überhaupt Passwörter allgemein zu ersetzen. Da gibt es klarerweise noch einige Probleme, besonders bei dem Touch-Sensor von solchen Fingerabdrucksensoren. Da gibt es eben noch einige Probleme, wo es nicht hundertprozentig erkannt werden kann. Oder wenn man sowas öfter verwendet, gibt es irgendwelche Abnutzungen. Und da muss man mal schauen, dass Apple sowas wirklich jetzt schon fertig hat und jetzt schon präsentieren kann. Vielleicht wird es sowas erst später geben. Das zweite Gerücht, eine Slow-Motion-Kamera. Das ist wahrscheinlich noch wahrscheinlicher schon, weil es wirklich einige Gerüchte schon gibt, die recht bestätigt waren. Dass wir vielleicht bald eine Slow-Motion-Kamera im iPhone sehen, besonders für Videonamen, Videoaufnahmen klarerweise interessant. Für die, die jetzt gar nicht wissen, was Slow-Motion-Kameras sind, die nehmen ganz, ganz viele Bilder pro Sekunde auf. Um weiten mehr als aktuelle Kameras, zum Beispiel in Smartphones. Und so ist es dann möglich, ich habe bis hier schon mal gesehen, solche langsamen Aufnahmen zu machen, wie sich irgendwas ganz langsam bewegt, obwohl es in Wirklichkeit um weiten schneller ist. Das sind die zwei Gerüchte um ein Killer-Feature. Ob es die zwei zusammen, ob nur eins, ist fraglich. Vielleicht kommt auch ein ganz anderes Killer-Feature, aber ich glaube schon, es wird auf jeden Fall ein Killer-Feature geben. Schauen wir weiter zu einer sehr großen gehypten Geschichte, die es auch wahrscheinlich zu dieser Keynote geben wird, nämlich das iPhone 5C. Das günstige iPhone. Ich habe da ja sogar schon ein Video gemacht. Wer sich dafür interessiert, kann sich das Video nochmal anschauen, das ist im Weiten ausführlicher. Ich möchte in diesem Video ganz kurz nur ein bisschen zusammenfassen, was sind die Fakten grundlegend. Wir werden ein billiges iPhone sehen. Warum? Apple möchte einfach noch mehr Märkte erschließen, besonders in China, wollen und möchten nicht so viele Leute mehr Geld oder so viel Geld wie aktuell für ein Smartphone, besonders für ein iPhone ausgeben. Und daher ist so ein billiges iPhone auf jeden Fall vonnöten. Dieses wird wahrscheinlich mit einem Plastik-Gehäuse kommen und mit so abgerundeten Ecken, wie wir schon ein bisschen vom iPhone 3G und 3GS kennen. Also ein bisschen runderes wieder. Allgemein wird es das wahrscheinlich sogar in verschiedenen Farben geben und es wird von den Hardware-Leistungen etwas runtergeschraubt sein. Und wir werden wahrscheinlich auch dieses Killer-Feature, was wir im iPhone 5S sehen werden, nicht im iPhone 5C sehen. Grund dafür ganz einfach. Apple möchte klarerweise dieses Smartphone so klein wie möglich zu halten, um einen den Preis billig zu halten, aber zum anderen immer die Motivation zu behalten, auch das teurere, vollwertige, in Anführungsstrichen, iPhone 5S oder dann iPhone 6 zu kaufen. Das grundlegend zum iPhone 5C. Wenn ihr dazu noch mehr Informationen haben wollt, am besten mal auf meinen Kanal schauen. Da gibt es nochmal ein ausführliches Video, wo ich nochmal alles genau erkläre. Auch der Name vom iPhone 5C ist mittlerweile schon recht bestätigt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ein billiges iPhone sehen mit dem Namen iPhone 5C. Das mal so grundlegend zum iPhone-Sache. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir da am 10. September sehen werden. Schauen wir nun weiter zum Apple TV. Ja, die Gerüchte über die letzten Jahre waren ja oft, dass es ein ITV geben wird, also ein richtiger Fernseher von Apple. Daran muss ich ehrlich sagen, glaube ich eher weniger. Ich finde eher, dass Apple sich nur auf diese Box konzentrieren sollte, die man dann an den eigenen Fernseher anschließt, weil es hat einfach viele Vorteile. Es gibt so viele verschiedene Bildschirme und Fernsehgrößen, die ja immer abhängig sind, wie groß das Wohnzimmer ist, wie weit man im Deck sitzt, wie teuer und wie viel Geld man einfach investieren möchte in so einen teuren Fernseher. Ja, deswegen finde ich es nicht optimal, wenn Apple dann einen Fernseher baut, wo es den wahrscheinlich nur in zwei bis drei verschiedenen Größen geben wird. Daher, ich würde Apple lieber empfehlen oder wünsche mir eher so eine Box wie das Apple TV, das aber mit vielen Funktionen, am besten noch mit Zusammenarbeit mit anderen Smartphones, mit anderen iPhones, mit iPads und insgesamt wirklich so ein Unterhaltungssystem baut, wo man trotzdem einen eigenen Fernseher verwenden kann. Nun aber zu den Gerüchten, die wir vielleicht da sehen werden. Apple hat einige Übernahmen gemacht von verschiedenen Firmen, von verschiedenen Diensten, die sich da um den ganzen Fernsehbereich kümmern. Ein Dienst war zum Beispiel dabei, der sammelt verschiedene Serien, verschiedene Fernsehsendungen und präsentiert die dann übersichtlich mit Empfehlungen von Freunden, mit Social Media Einbindung und so einen Dienst hat Apple vor kurzem übernommen. Wenn wir sowas, wird es das sehr wahrscheinlich früher oder später auch im Apple TV geben. Das wurde jetzt vor kurzem übernommen, deswegen ob dieser Service genauso eingebaut wird, ist fraglich. Davor gab es aber schon viele Übernahmen. Das heißt, wir werden vielleicht einen neuen Apple TV sehen, der diesmal doch ein bisschen mehr Leistung daherkommt. Vielleicht sogar einigen Gaming Features, also mit einem Gaming Controller vielleicht, mit einem eigenen App Store. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber auch allgemein wird wahrscheinlich dieser Apple TV mehr von so einer nur Filme- und Serienbox, vielleicht sogar eine Fernsehbox werden, wo man auch Möglichkeiten hat, Fernseh zu schauen. Da könnte es sein, dass wir da am 10. September ein größeres Update sehen und der Apple TV immer noch eine Box ist, aber eine Box, die wirklich im Weiten mehr kam. Kommen wir weiter zu den MacBook Pro Retina. Ja, das ist auch eine spannende Sache. Da gab es länger kein Update und wir werden da eher ein kleineres Update sehen. Das Design wird grundlegend gleich bleiben. Wir werden vielleicht die neuen Haswell Prozessoren sehen und vielleicht auch neue SSDs und vielleicht noch schnelleren RAM, also allgemein so ein Update von der Leistung. Diese Gerüchte gehen daraus hervor, dass zum einen diese Haswell Prozesse nun ganz neu sind und Apple immer versucht, beim nächsten Update diese einzubauen, um das MacBook oder allgemein die Macs immer am neuesten Stand zu halten. Dazu sind aber auch Benchmark-Tests aufgetaucht, die das MacBook Pro in dieser Mehrleistungsschub zeigen. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich ein Leistungs-Update sehen. Dann auch interessant für einige wahrscheinlich, Apple wird einige Produkte endlich veröffentlichen, die sie schon vorgestellt haben. Das ist zum einen mal der Mac Pro, den wir wahrscheinlich diesen Herbst irgendwann veröffentlicht sehen, der wahrscheinlich nochmal endgültig zum Verkauf frei steht. Ob sie das jetzt auf der Keynote noch kurz erwähnen, ist fraglich. Auf jeden Fall werden sie auf der Keynote erwähnen, dass sie iOS 7 öffentlich machen, dass jeder sich iOS 7 runterladen kann und dass die Golden Master Edition raus schon war und dass nun die endgültige Version kommt. Und auch Mavowix, das Mac OS X Betriebssystem, wird auch nun endgültig veröffentlicht werden und wie jeder wird es sich dann wahrscheinlich im Mac App Store kaufen können. Die Frage ist dann noch, ob es vielleicht kostenlos wird. Das wäre ein großer Schritt von Apple, wenn sie sagen, sie machen dieses Betriebssystem kostenlos. Bis jetzt war es immer so, Windows hat ja immer recht viel Geld gekostet, Mac OS X immer recht wenig und wenn es jetzt kostenlos ist, das wäre schon ein ganz schöner Schritt, weil im Endeffekt muss man sagen, Microsoft macht ja die Computer nicht, die müssen ja so viel Geld verlangen. Apple macht ja aber die Computer, verdient daher schon einiges an Geld. Deswegen könnten sie das Betriebssystem eigentlich auch kostenlos machen. Zu guter Letzt, bevor ich dieses Video nochmal kurz abschließe, noch zwei kleinere Gerüchte. Es könnte sein, dass Apple den Mac Mini ein bisschen abbetet oder vielleicht auch den iMac. Da wahrscheinlich eher nur vom Innenleben, also ein bisschen mehr Leistung, die neuen Hasfield-Prozessoren einbauen und solche Sachen, ein bisschen mehr Leistung bei der Festplatte, vielleicht auch nur SSD und solche Sachen. Da wird es wahrscheinlich kleinere Updates geben. Aber im Grunde genommen war es das so insgesamt. Das sind die Sachen wahrscheinlich, die ich so annehme, die wir am 10. September sehen werden. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und wir können da gerne nochmal einen Rückblick machen, was jetzt im Endeffekt vorgestellt wurde, was sie von Apple gesehen haben und wo Apple, wie gesagt, sich vielleicht noch ein bisschen Zeit noch lässt, zum Beispiel am Apple TV könnte das sein, dass Apple sagt, sie warten nochmal ein Jahr mit dem großen Update und machen es dann noch im Weiten größer. Damit bin ich bei einer Keynote-Preview durch und nun stelle ich die Frage an euch. Schreibt in die Kommentare, was könnt ihr euch vorstellen, was eher weniger, was habe ich vergessen und was sollte ich für noch erwähnen. Alles das in die Kommentare schreiben. Ich würde auf jeden Fall mal reinschauen und vielleicht entsteht ja hier und da eine spannende Diskussion über die Sachen, die wir am 10. September sehen werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren oder einen Daumen hoch geben. Mich würde es riesig freuen. Ich mache Spannsinn, noch zwei sehr interessante Videos verlinkt, die ihr euch gerne anschauen könnt. Sonst war es das von diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.